So, Liebe, wenn es sich immer noch bekehrt, als ich mir kurz was sage, am 2. Oktober kommt das mein Album, das 2. Album von Moussa mit der Scheer, im Internet, also im Real, beim Kauplan, bei Idigazita, bei Sarton und bei Mietermarkt, im Real kommt natürlich auch und am 4. Oktober wird alles im Glasdeutschland erhältlich sein. Und dann könnt ihr euch das kaufen. Das kostet 3,90 Euro und das könnt ihr euch kaufen. Und ich freue mich, das ist kein Fake, aber so kein Fix. Und ja, dann könnt ihr euch das kaufen und wir sehen uns erst wieder. Also das war's. Tschüss ihr Lieben. Bis dann zum Zucker. Tschüss ihr Lieben.